In diesem Video wollen wir jetzt nochmal eine Beispielschaltung für den Transistor als Schalter dimensionieren und wir nehmen wieder die ähnlichen Gegebenheiten, die wir vorher hatten. Und zwar nehmen wir wieder einen Transistor. Das ist jetzt hier ein bestimmter, und zwar ist der BC546B. Das P steht glaube ich für das Package, also die Bauform. Das ist nicht so relevant. Das ist irgendein Standardtransistor, den findet man auch, wenn man im Internet sucht. Ich habe dafür auch gleich ein Datenblatt gefunden. Der kann nichts Besonderes, den habe ich jetzt einfach mal so genommen. Ich hätte auch andere nehmen können. Davor brauchen wir wieder einen Vorwiderstand. Wir haben einen GPIO-Pin mit 3,3 Volt. RV müssen wir gleich bestimmen. Der Wert, der jetzt bei RV steht, ist völlig zufällig. Also der hat noch überhaupt keine Bedeutung. Dann haben wir wieder eine Versorgungsspannung. Die Versorgungsspannung liegt bei 12 Volt. Das ist ungefähr das, was gleich an unserem Widerstand auch abfallen soll. Dieser Widerstand hier ersetzt jetzt die Leuchte einfach deshalb, weil Multisim keine Lampe hat mit den entsprechenden Werten. Das Ding hat 120 Ohm, weil wir eine Lampe haben, die 12 Volt Spannung hat bei einem Strom von 100 Milliampere. Und 12 Volt durch 100 Milliampere sind nach oben schon gesetzt, dann eben 120 Ohm. Ich habe mich wieder hier Tastköpfe reingesetzt für Kollektor und Basis. Und jetzt müssen wir halt anfangen, unsere Schaltung zu dimensionieren. Dazu nochmal zur Erinnerung, was zu tun ist. Wir brauchen als erstes mal einen Wert des Transistors für die Stromverstärkung. Und der Wert muss nicht sonderlich genau sein, weil wir werden im Datenblatt den genauen auch gar nicht finden, sondern er muss nur so ungefähr passen. Ich habe hier jetzt mal das Datenblatt des entsprechenden Transistors aufgemacht. Hier sieht man, das ist eine ganze Transistor-Familie. Und da findet man jetzt diverse Tabellen. Wir gehen auf alle möglichen Sachen in den Datenblättern nochmal in anderen Videos ein. Aber was wir jetzt brauchen, ist die Stromverstärkung. Und die heißt im Englischen DC Current Gain. Heißt Gleichspannungsstromverstärkung. Also Gain ist immer Verstärkung. Und jetzt sehen wir auch in dieser Tabelle, dass wir einmal verschiedene Transistor-Typen haben, die alle zu dieser Familie gehören. Und dass wir hier unterschiedliche Schaltungsbedingungen angegeben haben. Wir haben hier verschiedene Werte für den Kollektor-Strom. Und wir haben hier immer eine Kollektor-Ameterspannung von 5 Volt angegeben. Ist nicht ganz unüblich, dass man das so macht. Und die Werte weichen dann eben entsprechend für B, ja, entsprechend stark voneinander ab. Wir haben jetzt Glück quasi, dass wir hier zufälligerweise, und das ist wirklich Zufall, einen Kollektor-Strom von 100 mA angegeben haben. Das ist ja genau der, den wir haben wollen. Und haben dabei aber eine Kollektor-Ameterspannung von 5 Volt. Da werden wir nicht hinkommen. Also wir wollen ja dafür sorgen, dass quasi an unserem Widerstand die gesamte 12 Volt-Betriebsspannung abfällt und gar keine mehr über, oder möglichst wenig, an der Kollektor-Ameter-Strecke. Das heißt, die Schaltungsbedingungen, die hier angegeben sind, werden nicht ganz zu unseren Gegebenheiten passen. Dennoch finden wir hier jetzt eine Zeile, in der ein Wert für die Stromverstärkung angegeben ist mit 180. Man hat hier üblicherweise, das ist in sehr vielen Datenblättern so gemacht, drei Spalten. Und in diesen drei Spalten gibt es dann immer einen Minimalwert, der nach Serienstreuung minimal immer erreicht wird. Einen Maximalwert, der nach Serienstreuung maximal immer erreicht wird. Und der Typical, das ist so quasi so eine Art Mittelwert. Und hier ist jetzt nur angegeben Typical und hier haben wir dann 180 als Stromverstärkung angegeben. Das war Schritt 1, nämlich die Bestimmung von B. Da haben wir jetzt 180 im Datenblatt abgelesen. Schritt 2 wäre daraus den Basisstrom, also ich sag mal den vorläufigen Basisstrom zu bestimmen. Das machen wir wieder ganz normal über Basisstrom ist gleich Kollektorstrom durch Stromverstärkung. In unserem Falle wären das jetzt 100 mA, die wir haben wollen, geteilt durch 180. Und 100 durch 180 lasse ich jetzt mal mehr oder weniger stehen, das sind halt 10 Achtzehntel. Da wir gleich damit noch weiter rechnen, runde ich hier mal keine Werte. Das sind 10 Achtzehntel mA, das wäre 0, Periode 5. Schreibe ich aber mal nicht aus. Jetzt muss ich hingehen und den Basisstrom verdoppeln. Das heißt, mein neuer IB, ich nenne ihn mal wirklich IB neu, um ihn abzugrenzen vom vorigen IB, ist 2 mal 10 Achtzehntel oder auch dann 20 Achtzehntel. 20 Achtzehntel mA sind netterweise das gleiche wie 10 Achtzehntel mA. Und jetzt weiß man vielleicht noch, was 10 Achtzehntel sind. 10 Achtzehntel sind 1, Periode 1. Also 1,11 mA. Genau genommen 1,1 Periode mA. Aber ja, 1,11 reichen uns gerundet. Aus diesem Wert sollen wir jetzt den Vorwiderstand RV bestimmen. Das heißt, wir haben einen Basisstrom, nochmal zur Erinnerung, einen Basisstrom von jetzt 1,11 mA. Hier hängt ein Vorwiderstand vor. Wir haben 3,3 Volt Spannung vom GPIO-Pin. Und haben hier jetzt die Basis-Emitter-Strecke und müssen jetzt entsprechend fragen oder herausfinden, wie groß ist denn jetzt RV. Und jetzt kommt noch eine schöne Eigenschaft. Die hatten wir bei Dioden auch schon mal anderweitig benutzt. Nämlich indem wir gesagt haben, da fallen ungefähr immer 0,7 Volt an so einer Diode ab. Wir könnten jetzt wieder, wie wir es in einem vorherigen Beispiel mal gemacht haben, wieder die Shockley-Gleichung nehmen, die umbauen und das Ganze ausrechnen. Oder wir könnten hier relativ rudimentär hingehen und sagen, naja gut, wir nehmen hier einfach mal ein UBE an und behaupten einfach mal, das sind ungefähr 0,7 Volt. Angenommen, das würde so stimmen, dann müssten hier entsprechend an dem Vorwiderstand 2,6 Volt abfallen. Noch mal vielleicht als Wiederholung, warum das sinnvoll ist oder warum dieses Vorgehen nicht schief geht. Denn jetzt einfach zu behaupten, hier liegen wohl 0,7 Volt fix an und nicht 0,65 und nicht 0,8 und nicht 0,4 ist ja nun ein bisschen dreist. Das funktioniert aus folgendem Grund. Diese Eingangskennlinie des Transistors, also die UBE-Strecke verhält sich, das hatten wir jetzt mehrfach gesagt, ungefähr wie eine Diode. Und hat also folgende Form, da passiert sehr lange nichts und dann geht es relativ steil nach oben exponentiell. Angenommen, wir hätten jetzt hier einen Wert von 1,11 Milliampere, wo wir hinwollten. Dann gehört dazu jetzt eine gewisse Spannung. Die kennen wir genau nicht und wir behaupten jetzt, das sind 0,7 Volt. Sind das natürlich nicht genau, sondern irgendwas anderes in dem Bereich. Aber angenommen, hier wäre, das wäre jetzt etwas weniger beispielsweise und hier lägen 0,7 Volt, dann würden wir jetzt quasi mit der Spannung eigentlich ein bisschen zu weit drüber liegen. Es könnte aber auch vielleicht sein, dass dieser Bereich hier die 0,7 Volt sind. Wer weiß das schon, man weiß es nicht so genau. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, wenn wir diesen Wert nehmen, dann decken wir durch kleinste Spannungsschwankungen einen gigantischen Strombereich ab. Das heißt, die Spannung an der UBE-Strecke wird über weite weite Strombereiche in diesem Bereich von 0,7 liegen. Und weil das ungefähr so sein wird, wird auch an diesem Vorwiderstand hier ungefähr 2,6 Volt abfallen. Und jetzt kommt der eigentliche Gag. Wir berechnen nämlich jetzt in 4 den Vorwiderstand, indem wir ja sagen, RV ist nichts anderes als URV und das wären jetzt unsere 2,6 Volt durch den IB. Und das sind unsere 1,11 Milliampere. Und jetzt erkennt man vielleicht, dass ein leichtes Wackeln bei URV gar keinen so großen Einfluss hat. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, hier sind jetzt 2,6 Volt und teile das durch 1,11 Milliampere, kriege ich ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis, was ich da rauskriege, weicht wirklich nur geringfügig davon ab, von dem was rauskommen würde, wenn ich 2,5 Volt nehme. 2,5 Volt würden beispielsweise dann entstehen, wenn ich davon ausgehe, dass an dieser Basis-Emitter-Kennlinie 0,8 Volt hängen bleiben. Wenn ich hingegen davon ausgehe, dass hier 0,6 Volt hängen bleiben, würde ich hier mit 2,7 Volt weiterrechnen. So oder so, das Ergebnis wäre immer ungefähr gleich und hier kommt dann raus 2,34 Kilo Ohm. Wer es jetzt nicht glaubt, dass es eigentlich völlig egal ist, ob ich hier sage 0,7, 0,8 oder 0,6 und das lieber ausrechnet, für den jetzt nochmal die Gegenchecks, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal hier mit 0,8 Volt rechne und mit 0,6 Volt, dann passiert folgendes. Dann hätte ich im einen Falle Rv gleich 2,4 Volt durch 1,1 Milliampere und das wären ungefähr 2,1 Kilo Ohm. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass an der Basis-Emitter-Strecke nicht 0,8 und nicht 0,7, sondern 0,6 Volt hängen bleiben, dann müsste ich hier rechnen mit einer Spannung im Widerstand mit 2,7 Volt. Und wenn ich 2,7 Volt durch 1,1 Milliampere teile, dann kommen hier 2,4 Kilo Ohm raus. Also wir sehen, es stellt sich nur die Frage, nehmen wir 2,1 Kilo Ohm, nehmen wir 2,3 Kilo Ohm und dann nehmen wir 2,4 Kilo Ohm. Und die Werte liegen in der Praxis so nah beieinander, dass wir wahrscheinlich gar nicht die passenden Widerstände finden und da ohnehin runden müssen. Das heißt, und das gilt übrigens dann auch immer, und das haben wir bei Dioden ja auch schon mal gemacht, dass wir einfach hier konstante Spannungen annehmen, wohl wissend, dass die eigentlich gar nicht so konstant sind. Aber das Ergebnis hat eigentlich tatsächlich relativ wenig Auswirkungen. Sagen wir so, das Ergebnis ist gut genug, sodass wir hier eigentlich immer mit konstanten Größen rechnen können. Und in dem Falle wären es jetzt eben 0,7 Volt mal gewesen. Also kurzum, viel geredet, wenig gesagt, wir haben hier raus 2,34 Kilo Ohm. Damit zurück in unsere Simulation. Wir stellen also unseren Vorwiderstand ein, und zwar auf einen Wert von 2,34 K. Ich nehme jetzt einfach mal, um zu zeigen, dass man hier auch runden kann, alles gut. 2,3 Kilo Ohm. Und schmeiß mal die Simulation an. Das hat ja hervorragend funktioniert. Man sollte auch die amerikanische Notation beachten, die nämlich bei Dezimal-Kommata eher Punkte benutzen. Und mit Kommata funktioniert es dann nämlich nicht. Auch wieder was gelernt. So. Wir haben jetzt also 2,3 Kilo Ohm Vorwiderstand. Wir haben 120 Ohm. Das ist unser Verbrauch. Und jetzt drücken wir mal auf Play und gucken mal, was passiert. Da stellen wir fest, wir haben einen Basisstrom von ungefähr 1,07 Milliampere. Was wollten wir haben? Wir wollten 1,11 haben. Das ist sehr, sehr nah dran und funktioniert sehr gut. Und ist jetzt wieder auf die Rundungsfehler zurückzuführen, die wir hier mit diesen 0,7 Volt konstant gemacht haben. Was wir auch sehen, wir haben fast 99 Milliampere von 100 Milliampere Basisstrom. 100 Milliampere wäre wirklich das Maximum, wenn hier keine Spannung mehr abfallen würde. Das kriegen wir halt nicht hin. Und was wir auch noch sehen ist, wir haben an diesem Punkt hier gemessen gegen Masse, also ein UCE von 0,16 Volt. Das bedeutet, über unserem Transistor bleiben jetzt noch 0,16 Volt hängen. Das ist wirklich nicht viel. Und eben, es fließen fast 100 Milliampere, die wir haben wollten. Das heißt, es hat wunderbar funktioniert. Um jetzt nochmal zu zeigen, dass das Ganze tatsächlich sehr robust ist hinsichtlich des Vorwiderstandes. Und es im Grunde genommen gar nicht so wichtig ist, wie groß der Vorwiderstand ist, sondern hier eine Grobpeilung reicht. Variiere ich den jetzt nochmal ein bisschen. Und gehe jetzt mal ganz brachial hin und guck mal, was passiert, wenn ich hier stattdessen 1,5K nehme. Oder eben, ich tippe es mal aus, 1500 Ohm. Wenn ich hier 1500 Ohm nehme, nochmal auf Play drücke, passiert gar nicht mehr viel. Dann haben wir hier zwar deutlich mehr Basisstrom, statt eben vorher irgendwie einem guten Milliampere, haben wir jetzt 1,6 Milliampere. Hier oben haben wir jetzt immer noch fast 99, also dieser Kollektorstrom hat sich hier gar nicht geändert. Damit hat unser Verbraucher immer noch den gleichen Strom. Das Einzige, was sich hier geändert hat, ist ein bisschen mehr Basisstrom. Die Kollektor-Ameterspannung ist jetzt runtergegangen von 0,16 Volt auf 0,15 Volt gerundet. Also auch da hat sich nicht viel getan. Im letzten Schritt mache ich den jetzt nochmal merklich größer. Also wir hatten eben ausgerechnet 2,3 Kilo Ohm. Ich nehme jetzt mal 3000 Ohm und dann sieht man auch, dass das in die Richtung vielleicht etwas empfindlicher ist. Aber selbst das wird noch ganz gut funktionieren. Was wir hier jetzt sehen, ist, wir haben nun noch 800 Mikroampere. Wir wollten eigentlich 1100 haben. Wir sehen aber auch hier, dass immer noch trotzdem fast 99 Milliampere fließen und dass auch die Kollektor-Ameterspannung immer noch bei 0,1 irgendwas Volt liegt. Das heißt, es funktioniert immer noch. Wir haben jetzt hier diesen Widerstand variiert zwischen 1500 und 3000 Ohm. Und das Ganze hat einen Einfluss von de facto 0. Das interessiert überhaupt nicht, wie groß der wirklich ist. Das Einzige, worauf dieser Vorwiderstand jetzt, wenn er denn grob richtig dimensioniert ist, Einfluss nimmt, ist eigentlich auf den Strom an der Basis. Und da nochmal zur Erinnerung. Wir wollen unsere GPIO-Pins nicht überlasten. Und wenn wir die nicht überlasten wollen, können wir einfach gucken, dass hier nicht mehr als 1 Milliampere oder lass es vielleicht mehr als 2 Milliampere sein fließt. Und das kriegen wir mit so einer Konstruktion hier ohne weiteres hin. Und in all diesen Fällen wird der Verbraucher wunderbar mit Spannung versorgt und es fließt hinreichend viel Strom und die ganze Konstruktion läuft. Wohlgemerkt haben wir hier jetzt zwar an einer Stelle die Stromverstärkung benutzt als Größe, um eine ungefähre Schätzrichtung zu kriegen, haben dann aber hinterher gesagt, wir machen den Basisstrom einfach deutlich größer. Deutlich größer heißt, den Widerstand hier deutlich kleiner und dann funktioniert das alles. Und damit funktioniert diese Faustregel und dieses, ja ich sag mal, sehr grobe Vorgehen mit diesem Übersteuerungsfaktor und nimm einfach mal doppelten Basisstrom eigentlich sehr gut. Das lässt sich jetzt auch verallgemeinern auf andere Transistoren. Also wie gesagt, das ist hier kein besonderer Transistor, der das jetzt irgendwie kann und andere nicht, sondern das funktioniert eigentlich mit allen Transistoren.